Tiefgründige Zitate aus Filmen, die dich inspirieren werden. Teil 2 Unsere Leben sind nicht unsere eigenen. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir mit anderen verbunden. In der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und mit jedem Verbrechen und jeder Freundlichkeit bringen wir unsere Zukunft hervor. Er streckte seine Arme aus und versuchte, das grüne Licht zu erreichen, das weit draußen im Nebel schimmerte. Es war so nah und doch so fern, wie die Vergangenheit selbst, die er so verzweifelt festhalten wollte. Ihr müsst euch bemühen, eure eigene Stimme zu finden. Denn je länger ihr wartet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr sie findet. Thoreau sagte, die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Lasst das nicht eure einzige Beschreibung sein. Bricht aus. Manchmal verdient die Wahrheit es, dass sie mit einem Hauch von Lüge geschützt wird. Aber ich glaube daran, dass die Menschen irgendwann das Richtige tun werden, selbst wenn das bedeutet, dass sie dich verachten werden. Es kommt eine Zeit, in der man sich entscheiden muss zwischen dem, was richtig ist, und dem, was leicht ist. Und in jenen finsteren Zeiten, Frodo, sollten wir uns daran erinnern, dass auch das kleinste Licht in der tiefsten Dunkelheit leuchten kann. Hoffnung ist eine gute Sache, vielleicht das Beste, und gute Dinge sterben nie. Es gibt Dinge im Leben, die wir nicht kontrollieren können, aber wir können immer wählen, wie wir darauf reagieren. Sei mutig genug, die Träume zu verfolgen, die tief in deinem Herzen schlummern. Die größten Abenteuer warten außerhalb deiner Komfortzone. Wenn du aufstehst und sagst, genug ist genug, dann hast du die wichtigste Lektion des Lebens gelernt. Du hast die Macht, die Welt zu verändern. Es beginnt mit einem einzelnen Menschen, der den Mut hat, für das einzustehen, was richtig ist. Der große Wandel in deinem Leben beginnt mit einer kleinen Entscheidung. Jeden Tag hast du die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Du kannst die Person sein, die du immer sein wolltest. Und du hast die Macht, dein eigenes Schicksal zu gestalten. Ich bin in meiner Mitte, wo es nie einen Zweifel gibt, wer ich bin und was ich sein werde. Ich bin eine unendlich schöne Seele auf der Reise zu mir selbst. Und ich werde niemals aufhören zu träumen und nach dem Unmöglichen zu streben. Es ist schwer, wütend zu bleiben, wenn es so viel Schönheit auf der Welt gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich alles auf einmal sehen kann. Und es ist zu viel. Mein Herz fühlt sich an, als würde es gleich platzen. Dann erinnere ich mich, dass ich mich entspannen und aufhören muss, zu versuchen, es festzuhalten. Und es fließt durch mich wie Regen. Und ich kann nichts anderes fühlen als Dankbarkeit für jeden einzelnen Moment meines dummen kleinen Lebens. Ich bin müde, Boss. Müde, immer unterwegs zu sein, einsam wie eine Spinne im Regen. Müde, mich nie verstanden zu fühlen, die Welt nicht zu verstehen. Ich bin müde, Menschen zu sehen, die sich gegenseitig wehtun. Es ist, als ob ich Glassplitter im Kopf hätte, den ganzen verdammten Tag. Ich hoffe, dieser Inhalt hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Kennst du diese Filme oder hast auch schöne Zitate? Schreibe es in die Kommentare. Miteschreibe es in die Kommentare.